raus auf jeden fall möchte nicht mal letzte runde daumen drücken ich muss dann machen mein ganzes mineralwasser weg bringen ab dienstag geht mein schwimmtredig wieder los ich habe diese woche so viel alkohol getrunken ja ich muss auf jeden fall nächste woche wieder sehr viel mehr sport machen ja man soll nicht so viel trinken ja na es ist halt mal wenn was los ist kann man das noch machen weiß das sieht nach einer frau aus jetzt eigentlich level 10 habe ich ja schon ja ich bin auch der kälte aber zehn doch wo es wahrscheinlich dabei zu sein davon eben gerade dass wir schon machen aber hat wenn ich diesen pro 100 expert schon mal gehabt der sagt mir nix kommt mir nicht bekannt vor jetzt habe ich dir auch mal die am bett liegen und tot sind werde ich noch nie gehabt ich sehe doch gar nix der stellt hier gerade erst zusammen und die pink zahl am anfang von den ganzen leuten immer das ist der hammer ja ja ich gucke mir gerade die jason's an okay da sind ein paar schon etwas weiter einmal wie immer 84 da war ich doch wacom schaufen liebe leute herzlich willkommen zurück bei freitag der 13 wieder vor auch wieder mit der lade monja und die anderen sind auch wieder nicht mit dabei ja wieder vorne ja aber die russen ja die russen sind wir auch nicht mit dabei da bin ich auch sehr froh drüber habe ich gar ich habe gar nichts gegen irgendwas anderes aber diese ekelhafte komische verzerrte stimme das muss nicht sein ich hätte jetzt benzin habe ich schon mal hier ich habe eine karte noch gar nicht würde gerade gucken ich habe jetzt zumindest schon mal ich habe eine map und walkie talkie das ist wäre gretchen kannst du mal bitte auf diese map gucken ich bin gerade in einem gelben gebäude ja genau in der scheune bin ich wo ist das auto das auto ist wenn du jetzt dich um 180 grad drehst in die andere richtung jason kommt gerade zu mir oder 180 grad ok also wo ist jason jason ist bei mir scheiße ich muss jetzt auch mal überlegen wo ich hin will ich bin gleich tot was schon so fadab geh einfach raus bist du schon wieder die leute am pöbeln ja aber jason gerade das ist in ordnung heute wohl noch jason bleiben können ja also ja hießen dass sie da sein braucht dass der steht drauf ich sollte es nicht tun vielleicht findet er ist ja auch noch toll verdammt ich bin umsonst hier drüben das ist bestimmt auch das spree nicht mehr ne lecko mir nein scheiße 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 hast du wieder einen popo ich bin tot ich bin tot nein wie hat er dich gekillt er hat mich durchs fenster geworfen ich habe extra vorne eine falle aufgestellt ja und er hat sich so rüber gebeamt also er ist nicht rüber gegangen ne weil ich habe extra gesagt okay ich stelle die falle jetzt noch hin aber er hat sich gebeamt kommt er mit schiff drüber oder hat er das mit einer 1 gemacht mit 1 kannst du doch im gebäude selber gar nichts machen oder ich denke mal weil das halt farben gebäude ist geht das aber ach so so dann wollen wir mal hier wo ist er denn das ist auch nichts mehr alles schon weggeholt also wie gesagt wenn du zu dem formgebäude guckst da ist auf jeden fall an einem fenster das kaputt ist wo ich da tot rumgammle hättest du ähm benzin oh my god ich bewege mal meinen maximal pigmentierten intern aus der gefahr zu ich hoffe er sieht mich nicht weil ich kenne die werte von ihm hier nicht weißt du wo jason ist warte ich kann mal gucken also mit den camp kameras sehe ich schon mal nichts da wo ich gestorben bin ist er auch nicht er ist gerade bei mit anders in der nähe der rente zumindest rennt der ende gerade weg da scheint er auch gerade zu jagen also ich glaube ich gehe gerade wieder in die richtung wo ich her gekommen bin ja der der ist gerade beschäftigt jason naja schon abgeschlossen ich gehe mal zur straße so langsam kriege ich ein innerchen ich habe heute mal wieder was mit kohlenhydraten gegessen ich habe mir heute mal wieder nur bolognese gemacht ja oha ein follow lieber lieber follower könntest du mir kurz im chat was schreiben weil ich kann gerade nicht gucken und ich möchte doch gerne meine leute persönlich begrüßen okay jason hat den nächsten gekillt ist aber noch genug am leben ich bin jetzt in der Nähe vom Auto was passiert hier gerade ah tommy kommt tommy tommy mckinnon ah ich bin tommy ich bin tommy oh sehr schön aber die tür ist schon raus ah ah du kannst er hat mich das war dumm das war dumm auch aufgeschliff so wer ist mir denn jetzt gefolgt könnte mir jetzt jemand sagen welchen neuen follower ich habe please du lebst auch nicht mehr ne doch ich bin jetzt wie ich bin jetzt wie ich bin jetzt wie ich bin jetzt der tommy ok 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 logischer tic logischer tic willkommen in der chöle chöle chölelei da kommst du etwas spät dies ist die letzte runde und ich bin schon tot aber ich bin wieder da ja genau das ist alles was zählt toroskuptus ist wieder da ich bin zurück nicht bin you know you are back wo ist er da drin ah ich habe sie sommer naja wo sind das mädel lang genug gestreamt da muss ich dringend essen fassen ich hatte heute was hatte ich heute äh vier fleischbällchen hatte ich heute von gestern doch den rest habe ich meinem sohn gelassen weil ich keinen bock hatte heute zu kochen hm war das lecker ne ich habe gestern eine oh oh na komm her jason 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 lässt mich in ruhe ja eine ne 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 warte so ne art wie zigeunersoße aber mit wein und mit taxa und knoblau und chili und aber jetzt muss man dann für pöchen hier in sicherheit bringen dann kann ich nicht so machen ah love forest love dazu gab es reis es gibt reis schüttel dein haar für mich schüttel dein haupthaar für mich jetzt ist aber jason bestimmt ein bisschen sauer a little beats peace ich liebe es oh oh jason komm ja dann lass ihn mal ruhig reinkommen da ist ja die falle dann kannst du nämlich wieder abhauen da ist noch eine falle ja ja da ist eine falle die ist gelegt vor der tür er muss aber auch reingehen ne ja er geht nicht rein ist da noch eine andere tür der ist ja noch eine andere tür der macht genau dieselbe scheiße wie er davor mit mir auch schon gemacht hat was denn dieses beam weil der denn dann nicht in die falle rein rennt meint sie jetzt shiften genau schiffen schiffen erschifft quer über die map hat er geschifft alter verwalter muss da ein druck aufm schlauch gewesen sein naja muss erstmal ihn kriegen ne naja der war gestern bestimmt auch auf dem mittelalter markt und hat ganz viel von dem frucht rein gekriegt ach weißt du hör auf damit ja ich bin froh dass es keiner aufgenommen hat gestern ich war ich war gestern ein bisschen versucht ich muss ehrlich gestehen aber ich bin keine sau ich würde das andersrum von mir auch nicht also ich habe ja noch h1z1 folgen von mir wo ich rotzevoll bin ja die werde ich niemals hochnahen nie auch nie mir zeigen nein 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 ach manu das ist bestimmt lustig das hat niemand verdient das zu sehen also oh 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 das ist aber nicht nett das ist ich habe mir nachher sogar eine krone aufgesetzt ja also mit facecap mhm so eine mcdonalds äh burger king krone ja nene ne 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 die ist schon die ist schon ne schicke krone willst du jetzt sagen die burger king krone ist nicht schick ne ne ich meine nur dass die jetzt so die ich habe ne ja die ist halt die dame in dem sexy was fällt mir ab jetzt hier von mir die abklang dich anblinken was hast du denn gekriegt eine flare gun weil die tür ist jetzt schon mal aufmachen hier nettes gewehr guckt doch keiner drauf bei der hose das stimmt darauf habe ich gar nicht geachtet bis jetzt weiß die hose hat gewehr jetzt müssen wir noch eine minute durchhalten ja wie weit seid ihr denn entfernt von den enden der straße gar nicht so weit kannst du jetzt von da aus auf dem app gucken dann siehst du das eigentlich aber nicht cool weil da könnte man den anderen ja so extremst helfen da kannst du ja eigentlich mit den ganzen camps auch so schon ja also ist schon grenzwertig aber gut wie willst du das und deswegen könntest du mir mal sagen was die anderen gerade machen und ist aber böse angeschlagen der ist gerade fetter kaputt ja jesus bei euch theoretisch bei 15 sekunden könntet ihr schon mal gucken dass ihr der ist immer noch nicht im haus und hotpants ist noch drin wacker princess auch hier immer noch mit dem gässelein spazieren und ich will das ich die madame hier land auflaufen dass das geht wesen böse worte ja und hier bis zum nächsten mal der freitag der dreizeiter baka princess sind wir doch nicht richtig ja es war auch schon bändedauer wer lebt noch und böse angeschlagen muss nur die kinder nur pullover oder so ein jäckchen mädel auto du bist kein auto die bringt dann nix du hast wenn du zu dalle durch den wald rennt sonst irgendwas kannst du auch stolpern wie das meinte ich nicht weil da hinten das licht irgendwie flackerte ich sehe jetzt natürlich nicht wo sie ist ob man das jemals hinkriegt die maps wirklich auswendig zu kennen dass man nicht mehr drauf gucken muss ich denke mal dass die trotzdem ein bisschen anders sein werden immer hoffe ich zumindest dass das so ist also ich kann mich damit noch nicht aussuchen ob das jetzt so klug ist mit deinem lila leuchte shirt im wasser um zu gondeln wird es gar nicht so gerade hinschwimmt ich muss sagen so doof haben wir uns heute nicht angestellt ne eigentlich ich muss sagen so doof haben wir uns heute nicht angestellt ne eigentlich das ist ja echt gut bis auf als ich mit dani gespielt habe und als killer unterwegs war habe ich so scheiße gespielt level 12 was für ein abschluss also bis level 12 ja 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 ja